Gestalt, Form, Farbe bestimmen heute mehr denn je die Wertigkeit eines Produkts. Aluminium in vielfältiger Gestalt, Form, Farbe lässt Visionen real werden. Und Visionen zu realisieren, das ist das Ziel der Mitarbeiter von Pieslinger. Seit 1553 führt die Familie Pieslinger das Mollner Unternehmen. Profundes Wissen und Qualitätsbewusstsein unserer Mitarbeiter, Wurzeln in über 400 Jahren Erfahrung in der Metallbearbeitung. Und seit über vier Jahrzehnten ist Pieslinger Spezialist für die Veriederung von Aluminium und Qualitätslieferant von europäischem Format. Wir bieten unseren Kunden für jede Aufgabenstellung umfassende Kompetenz, vom Entwurf bis zum fertigen Produkt. Auf unseren Anlagen wird Aluminium mit höchster Präzision bearbeitet. Der hohe Standard unserer Produktion garantiert unseren Kunden die exakte Realisierung ihrer Ideen. Nach der mechanischen Bearbeitung werden unsere Produkte Oberflecken verbietet. In drei Deloxananlagen geben wir unseren Produkten ihre spezielle Oberflächengestaltung und nutzen dabei sämtliche Möglichkeiten, die nur der Werkstoff Aluminium bietet. Profile bis zu einer Länge von sieben Metern erhalten in unseren zwei Pulverbeschichtungsanlagen ihren endgültigen Oberflächenschutz in Farbe. Umweltbewusstsein ist für uns nicht nur ein Schlagwort. Durch umweltschonende Produktionsmethoden und fachgerechte Weiterbehandlung nehmen wir unsere Verantwortung für Mensch und Natur wahr. Qualität und Nutzer Quality Management heißt der Peace of the Earth. Produkte und Produktion werden ständig überprüft. So entwickeln und erzeugen wir unsere Spezialwerkzeuge selbst, um unsere Produkte optimal bearbeiten zu können. Unser Einsatz für beste Qualität ist international anerkannt und dokumentiert. Umfassende Kompetenz vom Entwurf bis zum fertigen Produkt. Dafür steht Piesling an. Wo es um anspruchsvolle Anwendungen geht, wo Gestalt, Form und Farbe hochwertig umgesetzt werden müssen, da finden sich die Kunden von Piesling an. In unserer heutigen Welt überzeugen Produkte durch Qualität von Material und Verarbeitung und durch Qualität von Gestalt, Form, Farbe. Gestalt, Form, Farbe. Visionen aus Aluminium. Realisiert von Pieslinger. Verarbeitung. Verarbeitung. Verarbeitung.